Hallo und herzlich willkommen. Bei meinen Videos zur Pflege habe ich immer wieder die Frage bekommen, wie denn genau der Antrag auf Pflegegeld gestellt werden sollte. Und genau darum wird es im heutigen Video auch gehen. Gerade wenn die Pflegebedürftigkeit erst kürzlich eingetreten ist, stellen sich ja viele Fragen und man muss wichtige Entscheidungen treffen. Konkret beschäftigen wir uns heute mit folgenden Fragen. Erstens, wer muss überhaupt den Antrag stellen? Zweitens, wann beantragst du Pflegegeld? Drittens, wo beantragst du Pflegegeld? Und dann vor allem natürlich die Frage, wie beantragst du am besten Pflegegeld, um hier zum Erfolg zu kommen? Und du weißt ja, solche Informationen schaden nur dem, der sie nicht hat. Deshalb unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Nach einem wirklich ganz kurzen Intro geht es dann auch schon los. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass ich das Design und den Namen meines Kanals geändert habe? Wie gefällt dir denn der neue Auftritt? Lass mir doch einfach ein Like oder einen Kommentar da. Deine Meinung ist mir wirklich sehr wichtig. Vielen Dank. Und damit direkt zur ersten Frage. Wer muss den Antrag stellen? Nun ja, grundsätzlich stellt immer die versicherte Person mit Pflegebedarf den Antrag selbst. Denn sie hat ja schließlich auch Anspruch auf das Pflegegeld. Dies ist aber in einigen Fällen gar nicht möglich. Dann kann auch eine Person mit einer entsprechenden Vorsorgevollmacht oder ein eingesetzter Betreuer den Antrag stellvertretend stellen. Wenn du dich stationär im Krankenhaus oder in einer Reha-Einrichtung befindest, sprich ruhig den Sozialdienst vor Ort an. Und lass dich auch zum Thema Vorsorgevollmacht beraten. Auch wenn es als gesunder Mensch vielleicht angenehmere Themen gibt, eine Vorsorgevollmacht ist immens wichtig. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, schreib es doch einfach unten in die Kommentare. Dann erscheint auch dazu ein separates Video. Was aber nun, wenn eben keine Vorsorgevollmacht existiert? Es ist ja denkbar, dass die pflegebedürftige Person nicht in der Lage ist, den Antrag selbst zu stellen. Und es gibt weder einen gesetzlichen Betreuer noch eine Vorsorgevollmacht. Tja, eine wirklich blöde Situation, die leider gar nicht so selten vorkommt. Seit dem letzten Jahr wurde für solche Fälle das sogenannte Notvertretungsrecht eingeführt, nachdem der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner die Pflegeperson zumindest kurzfristig vertreten kann. Deshalb kümmert dich rechtzeitig um eine Vorsorgevollmacht. Und nun zum zweiten Punkt. Wann beantragst du Pflegegeld? Die Antwort ist recht simpel, so früh wie möglich. Hierbei wichtig zu wissen ist, dass das Pflegegeld rückwirkend bis zum Tag des Antrags bezahlt wird. Nicht rückwirkend zum Eintreten der Pflegebedürftigkeit. Dir entgelt also wahres Geld, wenn du die Antragstellung auf die lange Bank schiebst. Und ein Automatismus gibt es auch nicht. Wenn du dich aktuell im Krankenhaus oder in einer Reha-Einrichtung aufhältst, kann der Sozialdienst einen Eilantrag stellen, damit schon bei der Entlassung die Versorgung zu Hause gewährleistet wird. Und wenn du dir noch unsicher bei der Pflegeform bist, also noch nicht weißt, ob die häusliche Pflege wirklich das Wahre ist, solltest du zunächst Pflegegeld oder Kombinationsleistungen beantragen. Die Entscheidung ist nämlich nicht in Stein gemeißelt. Falls du dich später dann doch anders oder umentscheidest, passt du die Leistungen der Pflegekasse einfach an. Und da habe ich auch schon die Antwort auf die dritte Frage vorweggenommen. Die Frage nach dem Wo. Zuständig für deinen Antrag auf Pflegegeld ist immer deine gesetzliche oder private Pflegekasse. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht. Denn die Pflegekasse ist in der Regel an deine Krankenkasse angegliedert. So, dass du dich einfach bei deiner Krankenkasse melden kannst. Und die Pflegeversicherung gehört in Deutschland tatsächlich zu den Pflichtversicherungen. Auch wenn manche das nicht wissen. Und deshalb sind auch die meisten Menschen pflegeversichert. Und diejenigen, die tatsächlich trotzdem nicht pflegeversichert sind oder in den letzten zehn Jahren nicht mindestens zwei Jahre in die Pflegeversicherung eingezahlt haben, können dann Pflegegeld beim Sozialamt beantragen. Das nennt sich dann Hilfe zur Pflege. Und nun die Frage, wie beantragst du Pflegegeld? Die gute Nachricht vorweg. Den Antrag kannst du formlos stellen. Je nach Pflegekasse reicht dafür eine E-Mail, ein Fax, ein kurzer Brief und manchmal wohl auch schon ein Anruf. Allerdings bekommst du dann von deiner Pflegekasse ein entsprechendes Antragsformular zugestellt, das du ausfüllen musst, damit der Antrag auch wirklich vollständig ist. Gut zu wissen, als Antragsdatum gilt vorläufig der Tag, an dem du die Pflegekasse zuerst deswegen kontaktiert hast. Bis zu diesem Tag kannst du dann später rückwirkend Pflegegeld erhalten. Und noch ein Tipp. Wenn du schon einmal dabei bist, beanspruche auch gleichzeitig Pflegehilfsmittel zum Verbrauch. Mit einem Pflegegrad hast du nämlich einen zusätzlichen Anspruch auf Pflegehilfsmittel im Wert von bis zu 40 Euro im Monat. Dazu gehören zum Beispiel Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen, Einweghandschuhe, Schürzen und auch der Mundschutz. Klar, auch noch vieles mehr. Und fast jede Pflegekasse hat ein eigenes Formular für den Antrag auf Pflegegeld, wobei es sich meist um ein allgemeines Formular handelt, das du entsprechend ausfüllen musst. Allerdings musst du an einigen Stellen schon jetzt eine Wahl treffen und auf diese Punkte komme ich jetzt, damit du die richtige Entscheidung für deine Pflegesituation treffen kannst. Häufig wollen die Pflegekassen gleich zu Beginn wissen, was der Anlass für den Antrag ist. Üblicherweise wird hier zwischen Erstantrag, Höherstufungsantrag und Umstellungsantrag unterschieden. Mit Erstantrag ist gemeint, dass bisher noch keine Pflegeleistungen bezogen wurden, was meistens dann der Fall ist, wenn die Pflegebedürftigkeit erst gerade eingetreten ist. Als Höherstufungsantrag wird der Fall bezeichnet, wenn bereits ein Pflegegrad vorliegt und Leistungen bezogen werden, der Pflegebedarf aber zugenommen hat, sodass ein höherer Pflegegrad beantragt wird. Und im Unterschied dazu führt ein Umstellungsantrag nicht zu einer Einstufung in einen anderen Pflegegrad, sondern zu einer Änderung der gewählten Leistungsbezüge. Das trifft zum Beispiel dann zu, wenn du zukünftig statt Pflegegeld Sachleistungen für einen ambulanten Pflegedienst beziehen willst. Und damit siehst du auch, Pflegegeld ist nur eine Form der Pflegeleistung, die du beanspruchen kannst. Denn die Pflegekasse gewährt, abhängig von der Form der Pflege, unterschiedliche Leistungen. Für die häusliche Pflege stehen dabei folgende Leistungen zur Auswahl. Erstens das Pflegegeld. Das ist für die häusliche Pflege durch Angehörige und Ehrenamtliche. Zweitens Pflegesachleistungen. Damit ist die professionelle Pflege zu Hause gemeint, beispielsweise durch einen Pflegedienst. Und drittens Kombinationsleistungen, also anteilig Pflegegeld und Pflegesachleistungen. Außerdem kannst du bei einigen Pflegekassen auch direkt im selben Formular Leistungen für teilstationäre Pflege beantragen. Auch als Ergänzung zur häuslichen Pflege. Damit verlierst du übrigens weder den Anspruch auf Pflegegeld, noch auf Sachleistungen. Ebenfalls prüft die Pflegekasse, ob möglicherweise andere Leistungsträger für die Pflegekosten aufkommen müssen. Was dann der Fall wäre, wenn die Pflegebedürftigkeit auf einen Vorfall zurückzuführen ist, der vorrangig durch eine andere Versicherung gedeckt wäre. Und genau aus dem Grund wirst du auch gefragt, ob die Pflegebedürftigkeit die Folge eines Arbeitsunfalls, einer Berufskrankheit, eines ärztlichen Behandlungsfehlers, eines Kriegsschadens oder etwas ähnlichem ist. Wenn dies zutrifft, musst du entsprechende Dokumente beilegen. Und wenn du beihilfeberechtigt bist, also in der Regel Beamter bist, würden sich die entsprechenden Stellen ebenfalls prozentual an den Kosten beteiligen. Deshalb musst du auch angeben, ob du Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge hast. Und auch Informationen zur Pflegeperson werden abgefragt. Denn Voraussetzung für das Beziehen von Pflegegeld ist, dass die häusliche Pflege sichergestellt ist. Hierzu musst du eben eine Person angeben, die an der Pflege unentgeltlich beteiligt ist. Und hierbei sind keine Mitarbeiter von Pflegediensten gemeint, die über Sachleistungen finanziert werden. Bei manchen Pflegekassen wird auch schon im Antrag erfragt, wie viele Stunden die Pflegeperson für die Pflege aufwenden wird. Denn in einigen Fällen hat die Pflegeperson auch Anspruch auf Sozialleistungen von der Pflegekasse. Also gib hier nach Möglichkeit eine konkrete Pflegeperson an. So, der Antrag ist fertig, du hast ihn weggeschickt. Und was passiert, wenn du dann den Antrag zurückgeschickt hast? Nun, dann solltest du Post vom medizinischen Dienst oder bei Privatversicherten von MedicProof erhalten, worin dir ein Begutachtungstermin genannt wird. Keine Angst, den Termin darfst du auch verschieben. Mit diesem Terminbescheid bekommst du aber auch eine Checkliste mit Fragen zur Vorbereitung auf den Begutachtungstermin. Und, um es ganz klar zu sagen, diese Checkliste muss nicht ausgefüllt und zurückgeschickt werden. Sie soll lediglich für deine Vorbereitung helfen. Es macht aber Sinn, die Checkliste beim Begutachtungstermin zur Hand zu haben. Und wenn dann der Pflegegrad bestätigt ist, zahlt die Pflegekasse das Pflegegeld am ersten Werktag des Monats, im Voraus für den folgenden Monat. Und nach Bewilligung des Antrags wird das Pflegegeld für den Zeitraum seit der Antragstellung nachgezahlt. Und wenn du Kombinationsleistungen in Anspruch nimmst, gilt hier ein kleiner Unterschied. Hier wird das Pflegegeld erst im Nachhinein für den vergangenen Monat ausgezahlt. Das ist keine Schikane, sondern liegt daran, dass die Pflegekasse erst den Betrag für die Sachleistungen im jeweiligen Monat kennen muss, um dann anteilig das Pflegegeld zu berechnen. Auch das war heute wieder eine ganze Menge Stoff. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like und ein Abo da. Ich wünsche dir alles Gute. Ich freue mich aufs nächste Mal und verabschiede mich wie immer. Bleib positiv, bleib produktiv und vor allem bleib gesund. Dein Thomas Schneider Ich freue mich aufs nächste Mal und verabschiede mich.